Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch wenn es draussen im Garten noch nicht grünt und blüht, können Sie sich an so einem prächtigen Anblick erfreuen. Bei Gobe finden Sie zurzeit eine grosse Auswahl an schönen Topf- und Zimmerpflanzen. Ein solches Angebot offerieren Ihnen Gobe-Gärtner jetzt besonders günstig. Die Ansprüche von diesen Topfpflanzen stellen Sie nicht sehr gross. Sie brauchen viel Licht, aber bitte nicht direkt in die Sonne stellen. Mit leichttemperiertem Wasser gießen und es ist von Vorteil, wenn Sie bei jedem zweiten Mal gießen, Gobe-Flüssigdünger beifügen. Fragen Sie doch einfach das Gobe-Fachpersonal, Sie geben Ihnen gerne Auskunft. Und für alle, die lieber für draussen gärtnern, wird es jetzt auch langsam Zeit, an das Vorziehen der Gemüse- und Blumensetzling zu denken. Gobe bietet Ihnen über 120 verschiedene Samensorten an. Für zartes Gemüse, für aromatische Kräutchen und für eine bunte Blumenpracht. In all diesen Gobe-Samenbriefen hat es eine Stecketikette mit den wichtigsten Angaben über das Saatgut. Diese Etikette ist wasserfest, die Schrift verblasst nicht und Sie haben jederzeit eine genaue Übersicht von der Aussaat an bis zur Ernte oder Blüte. Nach dem Beitrag für Tobi Gärtner, jetzt noch einer für Tobi Köch. Weil Rindsläber besonders reich an Eiweiss, Vitamine und Spurenelemente ist, empfehle ich Ihnen heute Rindsläberblätzchen mit Koriander. Die Rindsläberblätzchen eine Stunde ungefähr in Milch einlegen, damit sie schön zart wird. Die abgetropften Läberblätzchen schön abtrocknen und dann zwei bis drei Minuten im Anken anziehen lassen. Auf eine vorgewärmte Platte anrichten und an der Wärme aufhalten. Noch kurz würzen. Eine Echalotte im Brotefond anziehen lassen, Koriander dazu geben, aufrühren, mit Weisswein und Brotensauce ablöschen, kurz aufkochen und zum Schluss mit Rahm oder Halbrahm verfeinern. Mit dieser Sauce die Läberblätzchen dann nappieren. Zu diesen Rindsläberblätzchen mit Koriander können Sie z.B. einen Trockenreiss servieren. Das Rezept, das wissen Sie ja, steht in der Geordzeitung dieser Woche und ich wünsche einen guten. Damit sind wir am Schluss für heute. Wir danken fürs Zulagen und wünschen noch einen schönen Abend. Achtet Sie aber noch auf GOP Aktionsangebote. Das sind alles Sachen, die Sie gut brauchen können. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP alle Joghurte im 180g Becher 10 Rappen günstiger. Z.B. das Joghurt Natur statt 55 nur 45 Rappen. 100g Greyerzer für nur 1,49. Rippli ohne Bein geräuchert 100g für nur 1,68. Eine Dose NK statt 5,20 nur 4,20. Arielle Konzentrate 5 kg statt 18,90 nur 15,40. Und noch morgen, über morgen und am Samstag drei Packungen Napoli Spaghetti statt 3,30 nur 2,20. Ein Kilo Bananen für nur 2 Franken. Zum Schluss noch eine interessante Information. Kaffee gibt es bei GOP jetzt wieder zu Preisen wie 1982. Das Kilo hat nämlich zwischen 1,20 und 2 Franken abgeschlagen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!